Toll, ein tolles Design. Ich glaube, das Material gibt es schon seit einigen Jahren. Das ist sowieso super. Das ist ja Material, das gibt es schon seit einigen Jahren und der wird ja immer schneller. Die Torhüter bekommen Kopfschmerzen teilweise, wenn die Bälle ein bisschen angeflechtert kommen. Aber für die Zuschauer und auch für die Stürmer ist das super, so ein Ball. Ich bin davon überzeugt, dass Bayern die Möglichkeit hat, in diesem Wettbewerb ganz weit zu kommen. Klar, man muss auch ein bisschen Glück haben, an einem gewissen Tag richtig gut drauf zu sein. Es müssen auch die Besten spielen können, da darf keiner verletzt sein. Deshalb glaube ich, dass Bayern gute Möglichkeiten hat, bis ins Finale zu kommen. Ich weiß ja, wie der Uli das macht. Der Uli versucht natürlich, wenn er sowas sagt, einfach immer wieder rüber zu bekommen, dass in anderen Ligen viel, viel mehr bezahlt wird. Aber von uns in Deutschland immer verlangt wird, dass wir gleich ganz oben trotzdem dabei sind, einfach immer wieder nur mal ins Gedächtnis zu rufen. Das ist einfach, glaube ich, so ein bisschen der Hintergrund bei Uli Hoeneß. Untertitelung des ZDF für funk, 2017